Grüß Gott miteinander und ich darf euch herzlich zur Schwäbischen Runde einladen. Ich moderiere das Ganze natürlich so gut es geht in Hochdeutsch, da ich selber dem Schwäbischen nicht so mächtig bin, aber hier ganz gemeine Fragen für meine zwei Kandidaten habe. Zur rechten ist der Marco vom IG Metal Rock Kanal, der Marc Coxie. Das freut sich aber jemand hier. Ja, aber ohne Witz, du. Was für eine Motivation zu linken, die Ines, unser schwäbischer Engel hier. So sieht es aus. Gut, um was geht es hier genau? Es geht darum, dass ich schwäbische Sätze oder zum Teil auch Sprichwörter vorrede und die zwei Kandidaten dürfen dann ihre Übersetzung bzw. ihre Meinung dazu geben, was es denn sein könnte auf Hochdeutsch. Ich würde sagen, starten wir und fangen wir an mit Runde 1. Wir fangen mit etwas Leichten an und da würde ich einfach sagen, ihr dürft gut zuhören. Ich lese erst die Frage vor und dann sagt ihr, hey, ich weiß es. Hey, da hast du gesagt. Also, ein Achtel Wein. Ja, ein Achtel Rotwein. Ja, ein Achtel Rotwein. Okay, also wie ihr auf Rotwein kommt, weiß ich nicht, aber ein Achtel Wein wäre korrekt gewesen. Rotwein, Wein. Ja, meinetwegen. Also wir müssen hier schon korrekt bleiben. Aha, okay, andere Frage. Gibt es überhaupt einen Wein in irgendeiner anderen Farbe, außer in Rotwein? Ja, Weißwein. Weißwein. Oh, Scheiße. Okay, kommen wir zu Runde Nummer 2. Ja. Und jetzt wird es auch so langsam schon ein bisschen kniffliger. Bin ich mal gespannt, ob ihr das wisst. Eine beleidigte Rolle machen. Ja, dass man die beleidigte Leberwurst praktisch spielt. Also, man spielt praktisch als, dass man, ähm, was nochmal ist? Hä, beleidigt? Ja, dass man beleidigt ist. Rolle machen. Dass man beleidigt ist. Ein Schnute. Die richtige Definition laut Internet wäre eingeschnappt. Eingeschnappt? Ja gut, ja, man spielt den Beleidigen. Eingeschnappt. Ja, Ende. Okay. Kommen wir zu Frage Nummer 3. Und zwar für euch beide. Ja, dass man gut miteinander klarkommt. Meinetwegen, es gibt ein Projekt und dann sagt man, okay, Gruppenarbeit, du, du und du. Und wenn man dann gut zusammenarbeitet, dann ist man eine gute Partie. Ja, oder man hat einen guten Mitspieler. Also, man hat eine gute Partie gemacht. Ich lasse beides gelten, dies wäre korrekt für mich. Sehr gut. Frage Nummer 4. Ein komischer Mensch. Ein komischer Mensch. Gut. Das ist korrekt. Na gut, wir haben mal die Lösung. Hennen. Ne, ich habe das echt nicht genau geguckt. Jetzt kommt ein wirklich sehr schwieriges Sprichwort, nämlich, was man vielleicht jetzt nur übersetzungstechnisch nicht versteht. Bin ich mal gespannt, ob ihr es wisst bei Frage Nummer 5. Okay. Ein leerer Gruß geht barfuß. Das ist ein Sprichwort. Ja, und was bedeutet das? Ja, also ein leerer Fuß, also ein Fuß ohne Schuhe, der geht barfuß. Ich warte, da war vielleicht ein Dialektfehler. Ein leerer Gruß geht barfuß. Also ein Gruß, wo nichts drin ist, also kein, ich grüße dich, ist praktisch so, wie wenn du draußen in der Stadt ohne Schuhe rumläufst. Nur mit barfuß. Okay. Also es ist auch nichts Ganzes, sozusagen. Okay. Was meint Ines zu diesem Sprichwort? Also, er... Kannst du es uns vielleicht mal wörtlich übersetzen? Also was würde es auf Hochdeutsch heißen, so wie ich es gesagt habe? Ein leerer Gruß geht barfuß. Genau, korrekt. Und was denkst du, könnte das vielleicht bedeuten? Ähm, also ein herzloser Gruß, der, ähm, kommt ja nicht von Herzen. So ähnlich. Interessante Theorien. Leider war keine davon richtig. Im Moment, ähm, es ist praktisch so, ähm, ein leerer Gruß, also ein Gruß, wo nichts drin ist, ähm, ist praktisch, ähm, wie barfuß laufen. Man ist da dann nicht mit dem Fuß in einem Schuh drin, wenn man barfuß läuft. Das ist eine interessante Theorien, leider davon keine richtig. Aufwärtsung. Richtig wäre gewesen, kein Besuch ohne Mitbringsel. Aha. So ein Dreck. Ah, wirklich. Also quasi, dass man nicht ohne leere Hände vorbeikommen darf. Wenn ich jetzt jemanden besuche, sollte ich schon eine Merci-Schachtel oder ein paar Blumen mitbringen. Muss nicht sein. Ja, zumindest laut dem Sprichwort. Ja. Gut, wir kommen aber zu Frage Nummer 6. Er rierle, gott, iber, er prierle. Das wird ja immer bescheuert. Ist wieder ein Sprichwort. Er rierble, gott, iber, er rierle, gott, iber, er prierle. Ja. Ja, prierle ist Brühe, also kleine Menge Brühe. Aber rierle wird kein Röhrchen sein. Das wäre dann nämlich ein Röhrchen. Also ich buchstabiere es, weil es vielleicht auch ein Aussprachefehler ist für mich. R, I, A, H, L, E. Riale. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich kann ja bloß reale einmal hin, nichts mehr im Geldbeutel drin. Sonst kann ich nichts. Gut, ich übersetze es, wenn ihr dazu keine Meinungen habt. Nein. Also prierle war ja richtig die Brühe. Gut, also hier heißt es, ein guter Schlaf ist oft besser als eine Fleischbrühe. Gut zu wissen. Ja. Na gut, das haben die Kandidaten wohl nicht gewusst. Dann kommen wir zu Frage Nummer 7. Und hoffen, dass sie mal da ein bisschen zeigen, woher sie kommen, oder? Ich glaube, ihr kommt doch nicht aus dem Schwabenland, oder? Nein, man sagt das so. Also das könnte man aber wissen als Schwabe. Aoi, verkleppere. Wartet mal, ich muss es nochmal, ich muss es auch für mich nochmal verinnerlichen. Kleppere heißt es. Aoi, verkleppere. Aoi, nicht ei, aoi. Aoi, ja, also O-I, also Ei zu Deutsch. So viel gebe ich euch. Ein Ei verkleppern. Ja, und was heißt es auf Deutsch? Ein Ei verkleppern. Verkleppern ist kein deutsches Wort. Tut mir leid. Schaufig, verrühren, schlagen. Okay, also das Verrühren lass ich mal, was sagst du so allgemein? Wenn man ein Weichei schlägt. Also du bist jetzt ein Mann, aber eigentlich ein Weichei und ich schlag dich und du fängst gleich an zu heulen. Okay, also bei dir hat es leider nicht gepasst. Bei dir waren wir fast dran, aber es heißt ein Ei mit der Gabel verrühren. Ja, mit der Gabel ist ja logisch. Auch mit der Gabel oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle, weil hier heißt es ja bloß ein Ei verblättern. Genau, aber egal, also ein Ei verrühren. Ja. Genau. Das können wir bei dir gelten lassen. Jetzt was Einfaches, also wenn ihr das nicht wisst, dann könnt ihr da euch auf die Vasen gehen, gell? Ja, muss ja auch nicht. Ein sauberes Madl. Ja, ein sauberes Mädchen. Ein hübsches Mädchen. Genau, korrekt. Beide mal richtig. Was ist denn jetzt los? Ja. So, so habe ich euch hier bisher noch gar nicht erlebt, so selbstsicher und so auftretend. Aber der Moderator ist ja schon ein Saussäckel. Okay, er hat mich gerade gelobt. Ja, genau. Okay, dann kommen wir zur Frage Nummer neun. Neun. Schnut bis zum Bodenazierge. Eine Schnute machen bis zum Boden. Praktisch eine traurige Mine. Traurige Mine, ja, ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ein trauriges Gesicht. Es gibt auch ein Wort im Hochdeutschen da dafür. Oh yes. Oh yes. Wenn ihr es jetzt nicht erratet, dann lasse ich mal die Definition von beiden gelten. Du machst es sehr gut, aber es gibt auch dafür ein Wort im Deutsch. Das nennt sie Schmollen. Yes, Maria, das hätte ich ja nie gekriegt. Oder tödlich beleidigt sein, kann man es auch nennen. Tödlich? Oh, naja. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Wir kommen einfach zu Frage Nummer 10. Ja, Housin. Housin. Wessen Cousin? Also jetzt seid mal gespannt und macht die Lauscher ganz spannend auf, weil jetzt geht's los. Zum Fresssack wird keiner geboren, aber aufzogen. Was heißt das auf Deutsch übersetzt? Das heißt, dass man... Nur übersetzen. Keine Anspielungen etc. Man heißt, dass man praktisch als normaler Mensch mit normalem Appetit geboren wird und dann praktisch zu einem Mensch mit viel Appetit erzogen wird. Durch die Gesellschaft, durch die Eltern oder durch wen auch sonst immer. Okay, danke. Ines, was sagst du? Ja, wie gesagt, man wird nicht als... Wie soll ich? Ich glaube, Fresssack gibt es auch in Hochdeutsch als Fresssack. Fresssack geboren, sondern man wird zu einem erzogen. Genau. Okay, also ich könnte da jetzt so beim Makoksi so einen halben Punkt, könnte man schon locker machen. Und bei dir, da haben wir natürlich schon einen ganzen Punkt, also kein Thema. Danke, danke, danke. Wir kommen zur aller, aller, allerletzten Frage. Frage Nummer 12, wenn ich mich nicht täusche. Zum Geburtstag habe ich meiner Frau einen schönen Spaziergang geschenkt. Da hat sie sich der Blumer Strauß selber klicken können. Was heißt dies übersetzt? Auf gut Deutsch, du hast ihr nichts geschenkt, bist mit ihr spazieren gegangen und sie hat sich ihr Geschenk selber gepflegt. Ja, genau. Danke für deine Meinung. Bitte. Jetzt möchte ich noch die Meinung von Ines hören. Dann kannst du mir nochmal vorlesen, ihn übersetzen. Gerne. Zum Geburtstag habe ich meiner Frau einen schönen Spaziergang geschenkt. Da hat sie sich der Blumer Strauß selber klicken können. Ja, okay. Ja, zum Geburtstag von meiner Frau habe ich ihr einen Spaziergang geschenkt, also einen kleinen Ausflug. Ins Grüne, aber sehr wurscht. Und dann konnte sie ihren Blumen Strauß selber pflücken. Gut, was hieß dieses Wurscht? Das haben wir als Vogtdeutsche nicht verstanden. Lassen wir gelten. Ich gebe beide einen Punkt, das war korrekt. Jesus Gott, endlich. Ja. Endlich. Ich würde einfach sagen, ihr habt es beide sehr gut gemacht. Einen wirklichen Gewinner kann ich gar nicht so direkt sagen. Ich habe auch nicht mitgesagt, muss ich ehrlich sagen. Aber für mich persönlich seid ihr beide Gewinner, denn ihr seid wahre Schwaben, denn ihr kennt euer Land am besten. Ich bedanke mich, dass ihr heute da wart, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, hier ins Studio zu kommen. Vielen, vielen Dank. Mich würde es freuen, wenn ihr bei der nächsten Runde auch mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, Schwäbisch gefragt. Und ich möchte eins wissen. Hättet ihr alle Antworten geben können? Schreibt es in die Kommentare, was euch stutzig gemacht hat oder was ihr interessant fandet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. War sehr gut, bitte. Für eine Million Euro komme ich doch gerne wieder. Ich wollte gerade sagen, über die Reloge müssen wir noch reden. Sehr gut. Machen wir. Definitiv. Die 50.000 sind Ihnen sicherer und der Rest können wir ja dann machen. Was kriege dann ich? Sehr gut. Ja, das Wasser, was ich wollte, das steht vorne, gell? Das ist kein Problem. Also war ich nur Gast. Ja, ja, und vorher Händedruck kriegen sie auch. Okay, ich muss jetzt meine Hände desinfizieren. Ciao. Ja. Ja.